So, da sind wir wieder und dürfen uns jetzt gleich mit diesem Herrn hier unterhalten, denke ich mal. Und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier ausgeben. Morley oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Morleys Büro ist am wahrscheinlichsten. Ja, Morleys Büro. Das gibt jetzt eine tolle Mission. Da kann ich unter Umständen mehrere Folgen damit beschäftigt sein. Ähm, nicht weil es an sich so schwierig wäre, den Weg zu finden oder sowas, wobei das glaube ich auch noch dazu kommt, sondern, ähm, weil wir da nicht alleine sein werden. Also zumindest war das in dem Let's Play so, dass ich gesehen habe und ich unterstelle mal, das Spiel wird es mir jetzt auch nicht einfacher machen. Ich bin ja jemand, der immer so die Scheiße anzieht. Ähm, liegt hier sonst gar nichts rum? Ich will Sachen haben. Na toll. Okay, werfen wir mal einen Blick auf die Karte. Äh, finden Sie Morleys Büro? Ja, das sieht so aus, als müssten wir einfach nur um die Ecke und dann wären wir schon da. Nein, könnt ihr vergessen. Äh, scharf rechts habe ich irgendwas vergessen, übersehen. Zum Verstecken halt. Ach, das ist wahrscheinlich dieses Tonbandgerät. Das ist aber innen, in dem Büro, da kommen wir nicht hin. Das ist also Dr. Kuhlmann und, ähm, der relativ untätig in seinem sicheren Kabuff sitzt und uns die ganze Drecksarbeit machen lässt. Ähm, nur wo muss ich jetzt hin? Über den Belüftung, ja, wahrscheinlich der primäre Pflegebereich und so weiter. Ähm, da war auf jeden Fall ein Speicherpunkt, den ich schon benutzt habe oder nicht? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Im Zweifel benutzen wir ihn einfach nochmal. Jawohl. Ich glaube, ich hatte damit am Ende der letzten Folge gespeichert. Aber jetzt hat er, haben wir zumindest diesen Monolog schon mal hinter uns. Und ich weiß jetzt echt nicht, wo muss ich lang? Ich muss wahrscheinlich da ganz außen rum. Weil da komme ich ja wohl nicht durch. Da komme ich aber auch nicht durch. Oder muss ich die Leiter hinten nehmen? St. Christopher Medical Aufzug, ja. Das ist der Aufzug, den wir genommen haben, um hierher zu kommen. Ja, Strom wiederherstellen, da komme ich jetzt nicht mal weiter. Hier bin ich auf jeden Fall hergekommen. Das findet ja gut an, wenn ich jetzt schon nicht weiß, wo ich hin muss. Okay, die Tür da hinten ist zu. Aber vielleicht können wir die öffnen. Der ist doch so ein Notfallüberbrückung. Ah. Oh Gott. Ich gehe lieber schon mal in die Hocke. Na los. Also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Ja, ja. Beiderseitiger Vorteil. Genau. Ich begebe mich in Gefahr, mache die Drecksarbeit und du schaust zu. Das ist Arbeitsteilung. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern. An diesem Bereich. Vom Zugucken her. Kann ich da rein? Ach, scheiße, kann ich nicht. Sagen Sie mir einfach, wo lang, Kuhlmann. Kannst du mal die Backen halten? Da liegt einer. Oh, da ist eine Karte. Ich will die Karte, ich will die Karte. Scheiße. Karte aktuell ist hier okay. Lass das mal bitte meine Sorge sein. Falscher Weg. Stopp wieder herstellen. Scheiße. Ist das eine Gummezelle? Ja, wahrscheinlich. Ja. Er hat Sorgen. Echt wahr. Verschwendung seines Talents. Finden Sie Morlis Büro. Jetzt ist die Frage... Na, ich habe nur zwei Stockwerke. Okay, alles klar. Und das Büro von Morly muss dann hier irgendwo sein. Das heißt, ich muss wahrscheinlich ganz außen rumgehen. Er hat gesagt, das ist der falsche Weg. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eben doch richtig ist. Außerdem könnte ja hier noch Zeugs rumliegen, was ich haben will. Ich bin schon mal ... Ich wollte nichts sagen. Ach. Tagische Fälle, wendlichst. So weit weg von Goldmuster Erde. Von Sonnenaufgarten, Sonnenuntergarten. Da fängt der Geist an zu Rande. Tragische Fälle. Aber Morlis hat zu viel Zeit mit Ihnen verschwendet. Die hätten nie hierher kommen sollen. Niemand hätte hierher kommen sollen. Kann der mal einfach ruhig sein? Ich versuche, mich hier zu konzentrieren. Hier ist nichts. Doch, da liegt was. Ladungspack. Vielleicht reicht es jetzt langsam wieder für eine MP-Mine. Ich weiß auch gar nicht, ob hier vielleicht noch Androiden unterwegs sind. Ein paar Sachen haben wir zusammen. Ich brauche unbedingt eine subkutane Impfpistole. Für eine MP-Mine. Okay. Und ein Ladungspack. Ja, raus und rechts rum eigentlich. Ja, ich erzähle da jetzt auch gerade nicht so sehr viel, weil ich echt Angst... Da ist ein Lüftungsschacht. Ich will da rein. Okay. In welche Richtung muss ich? Ach, oh Gott, da bin ich ja ganz falsch. Oder bin ich ganz richtig? Moment, wo bin ich denn jetzt hergekommen? Bin ich jetzt ver... Da war noch was von Interesse. Ich muss nochmal zurück. Scheiße. Was warten wir noch? Ich stehe direkt davor. Ach, ein Audiogerät. Das ist nicht, wenn man mich ignoriert, Morley. Verstanden. Als ich heute die Arzneiausgabe benutzen wollte, wurde mir der Zugriff verwehrt. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen? Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden. Besonders angesichts der heiklen Lage auf der Station. Ich werde es nicht zulassen, dass das Wohlbefinden der Patienten gefährdet wird. Dies ist eine offizielle Warnung. Und damit das klar ist, ich habe kein Problem. Kulmen. Ende. Ich nehme mal an, dass ich hier nicht rauskomme. Nee, ist eine Sackgasse. Nee, ich kann hier auch nicht rausklettern. Okay. Ähm. Also es war wohl, während dieser Endzeitstimmung auf der Sebastopol schon so, dass es da Probleme gab, zum Beispiel bei der medizinischen Versorgung. Ich glaube, das war jetzt nicht optimal, was ich gemacht habe. Das wäre gut gewesen, wenn die Tür hier offen wäre. Und die hat keine Notfallüberbrückung. Okay. Nee, dann muss ich nochmal zurück. Okay. Da bin ich, glaube ich, hergekommen oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Und, ähm. Da hätte ich einfach von Anfang an hier durch den Luftungsschacht gehen können. So ist es nämlich. Okay. So. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur links rum. Einfach nur. Ja, und jetzt wird bestimmt gleich das Alien auftauchen. Da hinten ist eine Tür, für die ich eine... Oh, zwei Türen. Okay. Welches ist die richtige? Gerät unzureichend. Okay. Dann ist es wohl die hier. So. Wo ist immer ein Signal? Da. Ah, scheiße. Ich bin gerade wieder zu blöd. Sie sind da. Das ist Morley's Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Also so einfach ist es mit Sicherheit nicht. Was liegt denn da rum? Uh. Hallo. Hier ist ein Schrank. Der steht wahrscheinlich auch nicht umsonst da. Okay. Schauen wir mal, was wir hier schon jetzt haben. Vielleicht ist da der Zugangscode drin. Medikamentenmangel. Dr. Lingert, Sie benötigen hier Stimulantien-Nachschub. Uns geht der Vorrat aus. Und noch dazu scheint Kuhlmann das Zeug wie Süßigkeiten zu verteilen. Aha. Den Loxnach war ja diese Woche schon 16 Mal in der Arzneiausgabe. Wir müssen die Medikamente rationieren. Die Bevölkerung von Sevastopol wird mehr und mehr brauchen, je näher die Stilllegung rückt. Können Sie mit Kuhlmann reden und herausfinden, wohin die Medikamente gehen? Ja, so richtig sauber ist dieser Kuhlmann auch nicht. Moment. E&A-Fehler, okay. Zugriff und Verführung. Halt die Klappe. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley trug immer eine bei sich. Finden Sie ihn. Ach, da ist der Code. Ja, ich sehe schon. 1702. Äh, Quarantäne-Bereich. Quarantäne-Verletzung in der Krankenstation registriert. Ach du Scheiße. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufichten, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Okay, äh, ihr lest euch das bitte selber durch und pausiert an dieser Stelle. Ich habe den Eindruck, dass ich hier keine großartige Zeit habe. Moment. Recht Waffen zu tragen. Ähm. Bewohner fühlen sich getäuscht. Okay, das ist jetzt glaube ich nichts, was für uns gerade so unglaublich relevant ist. Finden Sie Morleys Schlüsselkarte. Okay. Ja, genau. Genau das ist jetzt das Problem. Und ich habe hier noch nicht mal einen Speicherpunkt, wobei der gar nicht so weit weg war. Habe ich denn eine Anzeige, wo die ungefähr ist? Nein, habe ich nicht. Oh, Scheiße. Wie komme ich denn da jetzt hin? Moment. Ich habe keinerlei Hinweis, wo diese blöde Schlüsselkarte ist. Hm. Okay. Ich versuche jetzt erstmal zum Speicherpunkt zurückzukommen. Ich werde ja schon total... Ja. Und ich glaube, der Alarm, der lockt jetzt was an. Ich werde jetzt ganz, ganz vorsichtig sein. Und am besten... ...ein Leuchtfackel bereithalten zum Ablenken. Ich will einfach nur zum Speicherpunkt. Ich kann mich ja auch unter diesen Dingern verstecken. Oh, Scheiße. Hallo, Schätzchen. Oh, Scheiße. Scheiße. Oh, sei doch so groß. Geh einfach in eine andere Richtung. Geh. Ja. Und hier fängt das Drama jetzt an. Oh, so. Geht genau dahin, wo mein Speicherpunkt ist, glaube ich. Ein Stückchen weiter und dann links. Ich habe es gerade gesehen. Ich weiß halt überhaupt nicht, wo ich hin muss, verdammt. Ach, da unten. Ah, ich muss eigentlich nur da rein und dann da durch. Ich höre es, ich höre es, ich höre es, ich höre es. Es steht direkt neben mir, ich traue mich jetzt noch nicht mal um die Ecke zu gucken. Oh Gott. Geh einfach weg. Ich traue mich nicht hier raus. Ich könnte ein Leuchtvottel werfen. Ich will wenigstens einmal speichern. Scheiße. Ah, verdammt. Oh Mann. Oh, ich habe vergessen, meinen Timer zu stellen. Shit. Wie lange sind wir denn jetzt schon unterwegs? Oh, ich glaube, dass wir relativ sicher sind, bis wir die Speicherkarte einsammeln und dann sind wir nicht mehr sicher. Nicht, wenn man mich ignoriert, Morley. Verstanden? Als ich heute die Arznei habe... Ähm, okay, jetzt erst mal nur in Morleys Büro. Ausgabe benutzen wollte, wurde mir der Zugriff verwehrt. Und die Speicherkarte nehmen. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien... Es ist eigentlich gar nicht weit. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich werde Ihnen tun lassen, dass das Wohlbefinden der Patienten gefährdet wird. Dies ist eine offizielle Warnung. Und damit das klar ist, ich habe kein Problem. Kulmen, Ende. Okay. Oh, ich war da jetzt echt gerade auch so angespannt. Da liegt doch noch was. Moment. Bindemittel. Das hatte ich gar nicht gesehen beim letzten Mal. Wir werden das mal kurz, die Texte aktivieren. Da ist der Code. Ja. Habe ich. So. Okay, wir schauen, dass wir jetzt ganz, ganz schnell von hier wegkommen. Quarantäne-Verletzung in der Krankenstation registriert. Keine Sorge. Ich versuche, in der Krankenstation registriert. Ich muss das selbst konzentrieren, bis ich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Ja genau, scheiße. Und da wird jetzt nämlich gleich dann das Alien auftauchen. Und zwar genau jetzt. Ich weiß nämlich noch, dass ich mich hier versteckt hatte. Das wird gleich von genau da. Okay. Schnell weg. Oh Gott. Kann ich hier drunter? Ja, kann ich. Toll. Jetzt höre ich es, aber ich sehe es nicht. Ich versuche es ein bisschen an den Schritten zu lokalisieren. Es ist total nah. Ich muss es irgendwie von der Tür weglocken. Wenn ich eine Leuchtfackel da runterwerfe, dann rennst du den Gang runter. Ich versuche es mal. Wo ist es denn jetzt? Da solltest du nicht hin. Du sollst zu der Leuchtfackel gehen. Du Dreckfackel. Du Dreckfackel. Was machst du denn? Geh doch zu der Leuchtfackel. Die Leuchtfackel. Scheiße. Es geht so leuchtfackel. Es ist aber nicht so wirklich abgelenkt. Es ist aber nicht so wirklich abgelenkt. Oder? Wenn ich das jetzt wüsste. Ja, das dreht... Ja. Scheiße. Jetzt wüsste das, dass das in dem... Ach nee, das ist mir viel zu gefährlich. Nein. Schau jetzt nicht da drunter. Nein. Nein. Geh. Nein. Ah, shit. Ah. Okay, Leuchtfackel prinzipiell gar nicht schlecht. Falsche Taktik auf meiner Seite. Und ich weiß jetzt echt nicht, wie lange wir jetzt wirklich schon aufnehmen. Eigentlich glaube ich, es ist Zeit, den Part zu beenden. Ich mache das jetzt auch. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Und wenn ich jetzt dann merke, dass der Part zu kurz ist, dann machen wir... Dann hänge ich einfach noch was dran. Macht's gut. Tschüss.